Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tee Oh, einer kommt noch, einer kommt noch, da kommt noch ein ganz dicker Ja Leute, heute spielen wir eine Runde Skill Race, ich scheiß auf jeden Fall ordentlich rein Das tut mir jetzt schon leid, aber wir treuen Leon übel, das wird also wieder geil Falls ihr Bock auf die Folge habt, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da Und Leute, bevor wir in die Folge gehen, kurz Werbung in eigener Sache Ich betreibe auch Instagram und hab da noch relativ wenig Follower im Vergleich zu YouTube Leute, falls ihr Bock auf Insta habt, ihr mich supporten wollt, kostenlos Schaut auch gerne mal auf Insta vorbei, denno.me reinschreiben Oder unten in der Videobeschreibung Ich würde mich auf jeden Fall über ein paar Follows freuen, Leute Ich poste regelmäßig Bilder und geile Stories Da soll es dazu auch schon gewesen sein Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß in der Folge Kuss geht raus, wir sehen uns drin Yo, Broxo, Digga, wir sind wieder drin im Film Und auch noch mit diesem verrückten Motorrad, Alter Ich glaubste nicht Ja, Mann, ja, war locker Ey, warum? Ja, du hast es wirklich einfach geschafft Ja, nur das Problem ist, ähm Digga, das wird wild Das wird echt wild Wir gucken mal, ob er es schafft, Leute Ey, da steht ja jemand Ja, Mann Warte mal Digga, du musst fahren Digga, da steht er da rum Und jetzt schafft er es auch noch Wie kommt das bloß? Jawoll Aber doch locker Ist doch gar nichts los jetzt hier Na, Brody, was probierst du da schon wieder? Nein, nein, ich fahre runter Oh, Mann Ah, bist du auch runtergefallen? Ne, Digga, ich wollte mal ins Wasser gucken So, jetzt fahren wir entspannt Weiter Na, Digga, bist du auch runtergefallen? No, Digga, bist du auch runtergefallen? So, ich bin hinter dir Kein Druck, Digga Kein Druck? Ich hab keinen Druck Da kommst du erstmal nicht rum Schnell Nein Jetzt Ja Oh, ich bin direkt hinter dir, der Du Ich bin direkt hinter dir Die Dinger fahre ich, äh, ne Auf entspannten Auf ganz entspannten Lachs Und Checkpoint Oh, so, hau rein, Digga Nein Er ist ja direkt hinter mir Äh, nein Alles klar Oh, was ist denn das hier? Ich hab auch keine Ahnung, Digga Hä? Oha Oha Oho Junge Aus dem Weg Ah, hau rein Haha, Digga Mach's gut Man sieht sich Man speckt sich Ja, ja, ja In einem Rhythmus sagst du Ja, Mann Ja Oho 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 Und nach oben Wir sind schon auf dem Weg Ich bin on the way Ah, wir fahren einfach Ja Junge Digga Wie hart lag der Typ In dem Parcours heute schon rein Hier, kein Druck Kein Druck Okay, Digga Und wie Und wie Und wie Und wie wär das jetzt so mäßig? Viel Gas Nein, mein Reifen Wie war das gerade? Hast du gerade gelacht? Du das nicht Hast du gerade gelacht? Oh Ey Oh Nein Haha, Digga Ach ja Ach ja Und tschüssi Leine Konkurrenzbeseitigung Ne? Das ist natürlich immer wichtig Unglaublich, Alter Oha Was Was sollte das denn gerade werden? Oh nein Jetzt ist der Reifen kaputt Alter, mit Platten kannst du es absolut knicken So, jetzt müssen wir mal gucken Also die Teile finde ich persönlich ziemlich schwer Wenn man da halt mit dem Reifen gut stecken bleibt Ach man, mach nicht diesen jetzt Oh, Leute, nein Nein, nicht beim gelben Och, Mann Oh Das ist aber schade Das ist aber schade Leute, die ganzen Maps, die wir gespielt haben Bis auf eine Ist vom gleichen Macher Und wenn ich den Typen in Privat sehe, ne Ich will ja nichts sagen Aber dem geht es dann nicht mehr so gut Leute, jetzt habe ich ein gutes Gefühl beim gelben hier Den gelben nehmen wir mit Ja, okay Aber der hier wird ja entspannt Guck mal, wie der oben schon wartet Wie er schon losfahren will Hey So, au rein, Digga Dankeschön Mach's gut Ah ja, was ist das denn hier Nee, Mann Als ob Oha Ich glaube, wir fahren in den Looping Wir müssen aber einfach außen fahren So Sieht gut aus Hey Hey Oh Schnell fahren Nein 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 Oh, schade Los Nach dir Nee, Digga Fahr du mal Na gut Ich fahr da mal Digga Wolltest du mal eben Platten schießen oder wie ist das? Hab ich sogar gemacht Wie schnell bist du losgefahren? Wenn ihr meint, ihr könnt es besser, ich verlinke die Map in der Videobeschreibung Dann fahrt sie Und schickt mir die Zeit Unter 10 Minuten Und seid ihr raus Da kommt er Ja Mit Gefühl Da kommt er, Leute Da kommt er Jetzt nehmen wir das Geld Nein Es reicht mir Es reicht mir Mit dieser Karre Hä? Da kommt er angelaufen, Digga Dieses Mal Oh Nicht mit mir Nicht mit mir Nein Höhen Das glaubst du mir nicht Das Karma hat so reingekickt Was ist passiert? Das Karma hat so reingekickt Was ist passiert? Digga, ich bin zu langsam gelaufen Zum Checkpoint, Digga Und wurde zurückgeportet Oha Perfekt, Digga Nächster, Alter Okay, Leute Weiter geht's jetzt hier Endlich nach 3000 Jahren Was ist das denn? Ey, Fliege Voll schön Voll schön Ich war viel zu schnell Machst du auch viel zu schnell? Naja, Digga Viel zu schnell Hab ich das C4 Auf den Boden gelegt, oder? Oh Oh Da haben wir reingelackt Oh Oh Er hat's doch noch geschafft Scheiße Schnell, schnell, schnell Er ist ja schon Richtig weit gefahren, Mann Alter Nein Ich schaff's nicht Ey, der ist gleich schon Der ist gleich schon da Er ist gleich schon da, Leute Wie weit ist er denn bitte gefahren, Mann? Boah Was ist das denn für ein Ding? Oh Wie, du schaffst das direkt Ich schwör's dir Er ist denn richtig eklig Ich hab dir kurz geholfen Nein Das war das geilste Ende aller Zeiten, Mann Junge, du hast doch schon geübt Ich hab's doch gesehen Ja